Ja Leute, mit dem folgenden Video, was ihr eigentlich sehen werdet, wollen wir uns für die 50 Abonnenten bedanken. Wir haben jetzt auch einen zweiten Kanal, der eröffnet, der heißt United Unboxing, den werden wir euch auch verlinken, hier. Und zwar ist ein Freistoß von Luis Holm, den wir live gesehen haben im Faderborn im Stadion, U21, Nationalmannschaft gegen San Marino. Ja, es wird auch was mit unserem neuen Thema Freistoße zu tun haben. Wir machen nämlich in Zukunft Nuggle Balls und auch Curve Balls. Alles klar. Ja, es wird zum Abschluss vielleicht noch ein Frühstar-Video kommen, was ihr euch dann noch angucken könnt. Aber dann werden wir mit Freistoß weitermachen. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Ja, war gut und schade. Und nochmal danke für die Abonnenten. Ja, war gut. Vielen Dank.